Text Schnipsel Nummer 14 aus Meeresduft macht noch keinen Sommer von Laura Albers Bei einem Café blieben sie stehen und Samir bat sie, sich umzudrehen, um nochmals einen Blick auf die Kathedrale zu werfen. Zwischen ihren Türmen wirkte das Reiterstandbild, ein bisschen deplatziert, fand Camille. Gehört da nicht eher ein Engel hin oder ein Heiliger? Samir begann, die Legende des Königs Gratlon zu erzählen, der aus der sündigen Stadt Is, der ursprünglichen Hauptstadt von Cornuay, nach Camper geflohen war und mit Corentin, dem Heiligen und Namensgeber der Kathedrale, Camper gegründet hatte. Sündige Stadt? Da hatte doch ganz sicher eine Frau ihre Finger im Spiel, oder? Falco zwinkerte Greta und Camille zu. Richtig. Dahoud, die Tochter des Königs Gratlon, um genau zu sein. In Is, das im Meer lag, lebten die Menschen sicher, weil ihr guter König Gratlon, Samir zeichnete Anführungszeichen in die Luft und begleitete die Worte guter König mit einem Grinsen, Dämme und Schleusen gebaut hatte, womit er quasi über die Urgewalten des Atlantiks herrschte. Er allein besaß den goldenen Schlüssel, um die Schleusen zu öffnen. Und dann kam es, wie es kommen musste. Die Menschen verfielen immer mehr der Verschwendungssucht und dem Hochmut. Das tun sie ja immer, wenn es ihnen zu gut geht, oder? Samir feixte. Sie waren inzwischen etwas weitergegangen, setzten sich vor einem Kaffee an einen Bistrotisch und bestellten Expresso und bretonische Waffeln, während Samir ihnen die Sage erläuterte. »Also, was war nun mit dieser Dahoud, der Königstochter?« fragte Camille, als der Kellner mit ihrer Bestellung davon eilte. »Tja, die ließ sich vom Teufel höchst persönlich verführen. Wer weiß, vielleicht hat er sich als schöner Mann getarnt. Ich brauche übrigens nicht extra zu erwähnen, dass der Hut wie eine blonde Sirene ausgesehen haben soll, oder?« er deutete auf Greta. »Stellen wir sie uns so vor.« »Hey«, protestierte Greta, »dann hat der Teufel aber wohl wie du ausgesehen. Muskelbepackt, bronzefarbene Haut und eine Glatze.« Camille prustete. »Ich vermisse da höchstens die Hörnchen auf deiner Stirn.« Sie beugte sich vor und tippte auf zwei Stellen oberhalb von Samirs Augenbrauen. »Hier wären sie.« »Warte«, sagte sie dann in geheimnisvollem Ton und beugte sich noch dichter zu ihm, bevor sie begann, die beiden Stellen sacht mit den Zeigefingern zu reiben. »Wenn wir noch etwas länger hierbleiben, sprießen sie.« »Wetten?« »Ich sehe schon genau die Stellen, an denen dir die Hörner wachsen werden.« Samir grunzte teuflisch, sodass Camille zusammenzuckte und ein ausgelassenes Lachen ausbrach. Greta, Falco und Samir stimmten ein. »Und was wollte der Teufel von Dahoud? Ihre Jungfräulichkeit?« wollte Falco wissen. »Die sicher auch, aber vor allem verlangte er von ihr den goldenen Schlüssel zur Schleuse. Und das liebestolle Ding gab ihn natürlich her.« »Lass mich raten«, unterbrach Falco ihn. »Der Teufel hat Dahoud nur ausgenutzt und die ganze Stadt überflutet.« »Richtig. König Gratlohn floh auf seinem Pferd. Er zog Dahoud hinter sich auf den Gaul, aber der Teufel wollte seine Angebetete nicht gehen lassen. Er verlangte von Gratlohn, seine Tochter zu opfern, sonst würde er dafür sorgen, dass die Fluten alles zerstören. »Und der Idiot hat seine Tochter ins Meer gestoßen?« Greta stemmte entrüstet die Fäuste in die Talie. Der Kellner, der gerade die Waffeln brachte, sah sie überrascht an. Vermutlich hatte er keine Ahnung, wovon seine Kundschaft sprach und was die Blondine so auf die Palme brachte. Greta lächelte ihm zu, woraufhin er mit einem charmanten Augenzwinkern zurück ins Café eilte. Camille nickte zu Gretas Frage. »Bestimmt hat er sie dem Teufel überlassen. Sonst wäre sie ja auch auf dem Ross zu sehen, da oben, zwischen den Türmen der Kathedrale.«